Wo seid ihr? Wo seid ihr? Erst guckt mich an. Lackt mich. Bleibt mal da, wo ihr seid, ok? Was? Bleibt mal da, wo ihr seid. Hi! Ich hab was gefunden, was wir die ganze Verfolgungsjagd hätten gebraucht. Ein Auto. Das Auto. Das Auto. Nein, nicht Pegasus. Seh ich ja mal gar nicht an hier. Aua! Aua! Was macht ihr? Er hat mich getötet, die Drecksau. Du hast mich vorgefahren. Ja, aber das war nicht töten, ey. Achja. Komm her! Nein, fahr nicht weg! Hey, es ist Lester. Hast du noch eine Bounty getötet? Schau dir zurück. Oder du bist nächster. Einfach ein freundliches Geheimnis. Glaubt ihr, die Spiegel von GTA haben das eingeführt, dass NPCs einen auf einem Kopfgeld aufsetzen können, weil das einfach kein Spieler richtig gemacht hat? Was? Warte, nein. Ey, Uschi! Was für euch. Ja? Magst du einsteigen? Mögt ihr einsteigen? Ja. Wo seid ihr denn, ne? Ja, ich komm gleich zu dir. Nein! Zeig mal, was machst du? Nichts. Ich dachte, du hast was gegen mich geworfen. Joschi, steig doch mal ein. Steig ein, oder ich propeller dich. Ich komm hier nicht weg. Die Dame ist bei Payday. Da oben seid ihr? Ja, warte. Markiert mal jemanden. Sechs Kilometer von mir weg. Markiert mal jemanden freaky. Joschi! Ja, ich muss jetzt zu euch runter. Ach, ihr seid in der... Ach, deswegen. Dann hast du in die falsche Richtung geguckt. Hi. Hi. Und jetzt ping, 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 bum 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 bum. Hey, 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 hey. Hallo. Du... Aua. Gehen wir gar nicht hier. Ist hier gestorben. Aua. Abheben. Abheben. Meine Karre. Da ist auch seine Karre. Er hat was besseres. Oh Gott. Was piepst hier? Weiß ich auch nicht. Der da unten. Der piepst. Ah. Wir leuchten. Aua. Aha. Aha. Wir haben Cops. Raus hier. Ey, warum raus? Die fühlen nur Joschi aus. Da fliegen wir weg. Ich bin auf der anderen Seite jetzt. Hi. Steck ein. Aua. Aua. Steck doch rein, ey. Unfähig. Wir fliegen mit anderen Gluft 200rp. Nice. Was bringt die Bebohrungskamera? Und Glück sind die Kabel irgendwie nicht fest, ne? Was bringt die Bebohrungskamera? Äh, Joschi kannst du die Kanonen benutzen. Ich kann die Bebohrungskamera benutzen. Äh, du musst mit X... Ah, ne warte. Du bist gar nicht im Controller, ne? Mit E. Mit E. Guck mal, da ist ein Typ nämlich. Wollen wir den mal ausnehmen? Der fährt da ja irgendwie... Ja. Ich kann die Kameras benutzen, aber mehr können die auch nicht, glaub ich. Was ist das? Sollen wir den ausrauben? Da drin? Unter uns. Kann man da rein? Ich guck mal nach. Nein. Was? Da ist er. Da ist er. Am Berg. Scheiße. Na ja, wo ist links am Berg? Unter dir. Du siehst den Namen. Jetzt sehe ich ihn. Fängt ihr den? Äh... Der Freaky ist auch runtergesprungen. Nee, nee, nee. Und der schießt da vor uns. Der schießt da vor uns. Joschi, nehmt ihr den? Äh, warum bin ich rausgesprungen? Ich weiß nicht. Ja, wir haben nicht. Eiko hat das Spiel verlassen. Ja, Eiko hat das Spiel verlassen. Ja, Eiko hat das Spiel verlassen. Natürlich. Alter. Alter. Das ist GTA, ne? Na, da muss ich das jetzt hier allein erleben, die Leute. Die Kopser schießen mich. Bin ja schon wieder da. Bist'n der Typ? Ich hatte so schön eine Haft vom Bahnhof zum Helikplatzieren. So, wir zum Thema Helikopter. Mensch, leid, ey. Glaub mich. Schönen. Freunden beitreten. Okay. Ey, Simon rufen. Was wollen wir an? Komm, call me when you need something. Ein Auto. Wahrscheinlich. Er hat mich sich nur beschwert, weil ich ihn nicht anrufe. Ja, ich ruf ihn auch nie an. Ladevorgang. Sehr gerne. Jo, Yoshi über 2. Ich hab dich gerecht. Nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fuck. Hat er dann Hebe gekillt, oder was? Du willst nämlich gleiches Problem? Ja, der hat alles in die Luft gesprungen. Ja, ne, ich bin nicht die Marriott. Äh, Mechaniker. Was ist gleich wie Marriott? Hey Gott, das Spiel verlassen. Schon wieder. Ja, ich kann euch nicht kauen. Warum nicht? Ich hab keine Ahnung. Hä, was hat er denn? Versuch's einfach nochmal. Jetzt bin ich in... Hä? Auf dem Speicher lag mich. Warum bin ich jetzt in... GTA Story Mode? Ja. Was passiert? Online. Freunden beitreten. Ja. Ja, ich will. Meine Karre. Ja. Pfff. Komm erster ins Ziel. Da. Ne, rückwärts. Nein, sie brennt. Ah, ah. Rette sich, wer kann. Das war nicht mehr mit Absicht. Au. Sorry, das war mit Absicht. Au. Hahahaha. 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 So, fahrt jetzt. Das kommt hier, Scheuer zu Dehlen. Ey, hört auf auf mich. Aua. Hahaha. Er ist einfach umgefallen. Dacht des Events in 2 Minuten 30. Ja, einsteigen, einsteigen, einsteigen. Einsteigen, einsteigen. Jetzt, jetzt. Was denn? Könnt ihr mich abholen? Hallo, Motorrad-Widi? Willst du mich verarbeiten? Wie Name ist das denn? Hier, hinter mir. Wie Motorrad-Widi? Was ist das? Wir brauchen ein Motorrad. Echt? Gibt's da keinen? Steht oben links. Ja, dann. Ohhhh. Wir holen die Motorräder. There will he come. No. Mann, wer hatten wir jetzt schon wieder von euch? Die Polizei. Was soll denn das? Ja, rat mal. Ja. Markiert mir mal jemanden. Der fährt. Oder wollt ihr das nicht machen? Ich weiß nicht mal wie ein wenig geht. Das ist auch nicht. Ich finde es auch ein bisschen blöd. Blöden sie werden eigentlich. Wheelie. Ja. Einfach nach oben ziehen. Echt? Geht das einfach so? Ja? Mit dem Faltar... Mit dem Mauspad. Ja, mit dem Lamppad drüber. Ja, nach hinten drücken. Ah, ok. Einfach. Während du Gas gibst, nach hinten drücken. Hör auf, sie schießen, Mann! Das ist doch schlimm, ey. Wow. Alter. Mh. Sind Räder. Ach, da kriegen wir sogar Motorräder gestaltet. Ja. Glaub ich. Ja, deswegen ist es markiert. Pff. Stand sogar oben. Ja, ich war tot zu der Zeit. Warte, was? Du kannst es wieder umdrehen? Ja. Da steigt er aus. Haha, da hat er keinen Bock mehr. Oh shit. Hexerei. Hexerei mag er nicht. Ja, ich würd sagen, Leute. Wow! Die will aussteigen. Ich komm hier nicht raus. Komm hier auch nicht raus. Ah, jetzt. Jetzt. Erstmal alle Türen aufbrechen. Ähm. Hättest du nicht weckern. Ähm. Hoffentlich gibt's da jetzt nur ein Motorrad. Kommt dein Zug. Naja. Was soll das? Hoffentlich nicht. Nee, kann nicht. Wollen wir da stehen in abgestellte Wagen. Nein, das bin ich. Äh, Guys. Mist. Piu. Was soll denn echt nur ein Motorrad? Adios, Avegas. Ey, bleib doch hier. Aua. Jo. Jetzt steht da keins mehr. Ja. Okay, ich hol mir mal einen. Wenn ich dich haben darf, dann hat's keine Ahm. Ja, gut. Ich mach jetzt hier mit nem Willi. Das ist eh ein Scheiß Event. Mann. Äh, wollen wir weiter die Heist machen, oder? Fricky, lass mich einsteigen. Bei dem kannst du keinen Willi machen. Ach was. Das ist egal. Hm. Ich krieg ja eh die ganze Karre. Okay. Weg da. Yo. Okay? Haben wir einen D-Sink oder schärflich? Fricky ist tot. Was? Oh. Wird rausgeschossen. Das ist auch gefahren. Zeug, ey. Mein Beifahrt kriegt das wieder nicht mit. Hahaha. Das passiert mir öfter als auch im Real Life. Haha, mein Beifahrer ist tot. Ich fahr jetzt weg. Tschüss. Dammit, dammit. Äh, ja, Guys, wollen wir, wollen wir, wollen wir wieder Heist machen? Weil ich hab keinen Bock, ehrlich gesagt, auch schon wie die Mission. Ja, hast du ein Heist? Kannst du einen machen? Ich hab theoretisch nur den, den wir grad eben schon gemacht haben. Du hast auch einen, oder? Du musst jetzt alle, du musst jetzt alle Nächsten kosten. Nee, auch nicht. Ja gut, dafür bräuchte ich erstmal einen. Bin sicher, dass keiner hat? Ja. Lester hat schon fünfmal angerufen. Und er sagt jedes Mal, er hat keinen. Okay. Ja, okay. Leute, wollt ihr mich nicht mitnehmen? Outsch. Ein Zweisitzer. Ist ein Zweisitzer. Ist mir egal. Ich will mich mit. Ist ne Sackgasse. Oh shit. Du hast den Vierten. Ah, es ist schon vorbei. Ach. Nein. Das läuft mal. Ne. Oh Gott, das läuft ja nicht so lang. Das ist ihr Wichser. Man, Leute, ich brauch nur über 100.000 für meine Wagen, die ich kaufen will. Ne.